Yo, servus liebe Schischofreunde, willkommen zu einem neuen Video von eurem SmartPostedem. Wunderschöne Grüße aus Oberfranken. Wir sitzen mal draußen, weil es noch einigermaßen angenehm ist. Es ist kalt, es ist auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was die für Probleme haben, also ich finde es noch angenehm draußen sitzen. Und ja, wie ihr seht, heute werden wir uns einfach mal zusammen saufen. Genau, das ist das Sinn von diesem Video. Wie viel hast du getrunken? Einiges. Oh, aua. Spaß auf Seite. Ihr habt es wahrscheinlich im Sumptmail gesehen und am Titel. Wir testen heute mal diese von X-Shisha, diese Farben für die Bowl. Und wir haben vom Hersteller erfahren eben, es ist halt Lebensmittelfarbe. Man kann damit auch quasi auf einer Farbe mal seine Getränke aufpippen. Das denke ich, ist ein ganz guter Hingucker. Deswegen gucken wir mal, wie wir die 360-Flasche farbig bekommen. Vielleicht auch sogar Metallig glitzern. Mal schauen. An dieser Stelle ist 360-Schleichwerbung. Du weißt schon, mein Konto schreibe ich euch später. Und haben hier noch drei Gläschen mit Wasser da stehen, wo wir auch noch ein bisschen mit Farbe rum experimentieren werden. Und da uns der Hersteller versprochen hat, wir werden das Ganze überleben. Wir haben es natürlich auch versucht zu trinken. Falls wir dann tot sind, wisst ihr Bescheid. Dürft ihr es nicht benutzen. Dann gibt es halt keine Videos mehr. Dann gibt es halt keine Videos mehr. Macht nichts. Also wenn wir tot sind, ist der Hersteller von X-Shisha dran schuld. Ansonsten könnt ihr es auch probieren. Ja, Freunde, wie das Sascha schon schön erwähnt hat, geht es heute um das Produkt X-Shisha. Also wer es noch nicht mitbekommen hat, ist es eigentlich gedacht, um seine Bowl zu farben. Also nicht zum Getränkeaufpippen. Zum Getränkeaufpippen kann man auch machen, wie gesagt. Aber es ist eigentlich hauptsächlich dazu gedacht, seine Bowl zu verschönern. Ja, wer nicht Bock hat, sich die normalen Lebensmittelfarben, die man einfach mit so einem Stecher reintunkt und dann in der Bowl vermischt, gibt es hier eine coole Alternative. Zum Beispiel, ich sag's jetzt gleich mal, wir haben jetzt hier einmal, einmal zwei, einmal zwei von den Candy Colors. Die sind so einer schönen, was ist das, das schaut aus wie so eine Liquid Flasche. Genau, das Ganze ist Candy Color. Einmal im Gelb haben wir hier, einmal in Orange. Was es noch für weitere Farben gibt, will der Tobi gleich nochmal zeigen, beziehungsweise auf der Website zeigen. Und ansonsten, genau, Sascha hat es gerade gemacht. Was hast du schönes, Sascha? Ich hab dieses Sparkle, also dieser Glitzer-Metalleffekt soll dabei sein. Genau, und da werden wir dann später gleich nochmal an die Bowl nähern, dass man sieht, wenn man zieht, wie das durch die Gegend blubbert, dass man wirklich denkt, das Wasser lebt quasi. Und damit versuche ich jetzt gerade mal hier die Sweet Sixty Flasche anzumischen, während ich das mache. Werde ich dann auch noch gleich die Gläser befüllen und währenddessen kann ich zu Tobi ja noch ein wenig erzählen, was es alles gibt, was das für ein Preis ist, etc. Ja, so aktuell gibt es drei verschiedene Arten von Farben. Da gibt es einmal die Sparkle, die Candy Color und dann noch die Neon. Ich habe jetzt mal die Website hier offen und schauen wir mal ganz kurz rein. In der Sparkles-Variante gibt es Chocolate, Black, Blue, Red, Green, Gold, Pink, Silver Sparkle und Neon Glow. Also es sind jetzt zwei, vier, sechs, acht, neun verschiedene Farben jetzt in der Sparkles-Line. Und von den Candy Color gibt es sechs Stück. Da wäre blau, schwarz, grün, gelb, orange und pink. Also ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Preislich liegt eigentlich alles bei 9,90 Euro, wenn ich mich jetzt nicht irgendwo versehen habe. Und auf der Website, also dies findet ihr unten in der Videobeschreibung auch mal, da könnt ihr euch nochmal genauer anschauen. Da sind auch ein paar Tipps zum Umgang mit der Farbe eben drin. Da ist auch explizit mal beschrieben, dass die Farbe keine gesundheitsgefährdenden Stoffe drin hat. Also man kann das Ganze tatsächlich verzehren. Und auch solche Sachen wie, wenn man zum Beispiel die, also das mit diesem Zeug innen drin hier verwendet, dass man am besten ohne Diffuser raucht, dass das Wasser richtig in Schwingung kommt, dass sich das Ganze wirklich bewegt. Dann wird auch empfohlen, ich glaube ein halber Teelöffel war es. Genau, ein halber Teelöffel in die Bowl. Kommt dann auch das Bowl-Volumen an, ist ja logisch. Und dann einmal schön durchschwenken oder mal schütteln, je nachdem. Und dann ist die Bowl eigentlich, wie ihr hier seht, hier ist sie richtig schön blau geworden. Und auch jetzt die Flasche hier, die der Sascha anlegt. Schon richtig geil ausgespült. Wir werden euch jetzt dann einfach gleich mal näher ranholen, dann seht ihr einfach mal, wie dieser Metalleffekt ausschaut. Also Freunde, wir hoffen natürlich, ihr konntet das jetzt so gut wie möglich sehen. Ich habe mir jetzt hier das Ganze ein bisschen abgefilmt. Einmal die Bowl, dann die Wodkaflasche, die drei Gläser, habt ihr mal in der Nahaufnahme gesehen. Schaut wirklich, also muss ich schon sagen, schaut vor allem das Sparkle, schaut mega geil aus. Also ich finde auch die anderen Farben, dieses Candy, also das ist wirklich so richtig kräftig. Man sieht es vielleicht, ich hoffe, man sieht es im Video richtig gut, aber es ist wirklich so ein richtig geil kräftiger Farbton. Genau, ja. Aber für 9,90 Euro, das hält wirklich lange. Man braucht echt nicht viel, man braucht immer nur ein wenig hier ein, zwei Spritzer. Ja, steht auch hinten drauf, genau. Also man sollte, was geht hier, zwei bis drei Spritze Wasser in deine Bowl, für die Bowl hinzufügen. Also das ist quasi, wenn man drauf drückt, da ist eine Kugel drinnen und wenn man drauf drückt, ist immer eine Dosierung. Also quasi einfach dreimal umdrehen, dreimal drücken, habt ihr immer die gleiche Dosierung und dann hält es auch wirklich echt sehr. Bevor die ersten Fragen, wie lange hält so eine Flasche mit 100 Milliliter, wir wissen es nicht, keine Ahnung. Das ist jetzt auch unsere erste Flasche. Also wir haben da jetzt schon, ich weiß nicht, ich habe daheim bei mir, ich glaube schon drei, vier Mal habe ich die Bowl schon angefärbt. Dann beim Shooting letztes Mal, apropos Shooting, ihr könnt auch auf jeden Fall auch mal an der Stelle bei uns auf Instagram vorbeischauen. Klappen wir mal an der Stelle ein. Das macht baster Unterstrich, da haben wir ein paar schöne Shootings gemacht. Werden auch noch einige kommen mit der Farbe. Genau, können wir mal vorbeischauen. Ja, wie lange es hält, keine Ahnung. Also das können wir mal, wenn es soweit ist, wenn die Flasche leer ist, noch im Video hinzufügen und in die Kommentare. Ja, auch zum Pulver. Also das sind 50 Gramm Pulver, die auch eben 9,90 Euro, also 10 Euro kosten. Und man braucht wirklich für so eine große Bowl, gerade einen halben Teelöffel, das wird vielleicht ein Gramm sein. Also kann man, denke ich mal, locker 50 Bolzen mitfärben. Hier jetzt für die Flasche habe ich ein paar Mal hinten von einem Löffel die Spitze genommen, auch fürs Glas. Habt ihr ja gesehen, ganz wenig nur rein. Also ich glaube, das soll doch relativ lang halten und deswegen bis jetzt bin ich vom Produkt sehr überzeugt. Und so würden wir, würde ich sagen, saufen wir es jetzt, oder? Jetzt würde ich sagen, wer ist der Schlumpf von euch? Ich will es auch schon als eigener Schlumpf. Genau, ich bin der kleinste. Ich habe eigentlich mehr Bock auf O-Saft, Juli. Achso, dann kriege ich die Zutatronen, Lemonade. Also wir hoffen jetzt einfach, wie gesagt, dass es nicht schädlich ist. Wenn wir es überleben, werdet ihr da mitbekommen. Und wie es ist, ob sich da jetzt Urin irgendwie farbig verfärbt. Liebensmittelecht steht auch. Also ob sich damit irgendwie dieser Urin verfärbt, werden wir, wenn wir es so wissen, bekannt geben. Ich würde sagen, Ex, Ex oder Schwul. Ex oder Schwul. In die Augen schauen, es gibt sieben Jahre schlechten Sex, Juli. Was Exen, wenn dir das zeigt? Leidig. Alter, das ist Wasser. Wenn die scheiße gelb ist, wissen wir Bescheid, Freunde. Eigentlich blau und glitzert nach Metall. Klasse. Das Einhorn. Schmeckt wie Wasser. Ja, also an der Stelle kleine Empfehlung für den Hersteller. Ihr könnt ja auch noch ein bisschen Aroma mit reintun. Dann könnt ihr wirklich einen O-Saft machen. Das wäre geil. Das wäre geil mit O-Saft-Aroma. Das wäre geil. Das wäre geil. Vielleicht eine Idee. Als kleiner Gag am Rande. Ansonsten, mein Fazit zu den Farben ist, wir haben schon mit normalen Lebensmittelfarben geraucht. Das hier ist auf jeden Fall mit dem System, mit den Flaschen, mit der Dosierung ist das Ganze schön. Dann auch, dass man die Farben essen oder trinken kann. Und natürlich auch dieses Sparkle, bunt gefunkel. Also ich finde es schön auf jeden Fall. Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Weil es ist halt echt auf so ein Party hingucken, wenn man einfach mal so eine blauen 360-Flasche ankommt. Alle so, ey, was ist denn das? Na ja, probier es halt und dann... Das ist einfach cool, wenn man das... Arctic Line. Arctic Line, okay, ja, genau. Also würde ich sagen, ist eigentlich alles ein Produkt, der sagt. Wir finden die Farben wirklich mega geil. Fairer Preis, sehen gut aus und man kann sie trinken. Also wir werden hoffentlich nicht dran sterben. An der Stelle noch ganz kurz Ikshishar. Wir verlinken natürlich, erster Link in der Videobeschreibung, ist die Seite zur Website. Die Seite zur Website? Der Link zur Website. Und einmal das Liebe... Das Liebe? Was ist denn los mit mir? Das Instagram-Profil von Ikshishar. Der Hersteller heißt Benni. Also schöne Grüße an dich, Benni, an dieser Stelle. Weiß Bescheid, ist ein sehr, sehr netter Kerl. Könnt ihr auf jeden Fall auch auf Instagram oder so schreiben. Der gibt euch da ein paar witzige Texte. Wir haben auch schon mit denen geschrieben. Sieht mich lustig, ja. Weiß Bescheid, Benni. Ja, an der Stelle, Freunde, würde ich sagen, haben wir alles zum Ikshishar-Produkt gesagt. Wir hoffen natürlich, wir konnten euch ein bisschen was dazu erzählen. Euch hat es gefallen. Und, ja, an der Stelle, Shishas-Knobi, Shishas-Leidenschaften in der Sinne. Macht's gut, haut rein und... Servus!